Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA 5. Ja, in der letzten haben wir mit Trevor dieses Flugzeug entführt von Marietta, wo eine Waffelirferung dran war. Wir haben uns mit einem spektakulären Stunt in das Flugzeug geschmuggelt und übernehmen. Und haben das übernommen und übernehmen jetzt gerade die Steuerung und fliegen das zurück zum Marietta-Mackenzie-Flug-Ding. Und wir kriegen Probleme. Wir haben eine Waffe, wir haben eine Waffe, wir haben eine Waffe, wir haben eine Waffe, oder wir werden uns bewegen. Oh, oder Sie können sich selbst auswählen. Uh, Ron, ich habe eine Waffe, eine Waffe, auf mich. Schade, wir haben eine Waffe, sie können nicht mit dir zusammenhängen. Fliege über sie, okay? Komplierig. Ich bin auf Mackenzie Field, wir können das hier diskutieren, auf der Flüge, auf der Flüge. Ich bin ein Mann! Ich finde es auch. So. Äh... Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier und ihr seht ja da selber wo gerade das Problem dran liegt. Ich glaube nicht, dass ihr den Effort verstanden habt, um hier zu sein. So, ich versuche jetzt mal auf den... Da. Ich muss halt jetzt bald mal landen, ne? Glaub ich. Da vorne ist das irgendwo, oder? Ich wollte die Maschine rammen. Hat nicht geklappt. Okay. Aber wo ist denn der Flughafen jetzt? Ich ring die halt doch nicht. Oh, scheiße! Geh, run! 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 Run, du hörst mich? Der Flughafen ist weg. Du könntest nicht landen. Geh raus! Geh raus! Geh raus! Ich kann nichts tun! Es geht runter! Geh raus! Ich bekomme einen Schuss und ich fahre! Okay? Scheiße! Ich glaube ich konnte auch gar nichts machen, ne? Spring aus dem Flugzeug! Ach du Scheiße! Ne, ich konnte glaube ich nichts machen. Ich glaube das ist der Mission gewesen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich erinnere mich voll an Just Cause! Geh raus! Alter die ganzen Waffen! Die Maschine! Alter! Gut! Der Verlust für Mariluatter, ne? Aber klar! Aber... Na ja! Ach Scheiße ey! Aber die ist im See gelandet, die ist im See gelandet, ne? Die ist im See gelandet, die Maschine. Vielleicht können wir die Waffen noch bergen, die sind nicht explodiert. So, wir können ja mal vielleicht irgendwie hier so ein bisschen landen oder fliegen. Ich will jetzt nicht noch sterben, indem ich irgendwo hängen bleibe. So. Und gleich haben wir es geschafft. Punktlandung. Super. Bestanden. Achso, okay. Leichte Turbulenzen. Treffgenauigkeit, Kontrollpunkte habe ich nicht geschafft. Fliegen auf vier Rädern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. So, weiter. So. Jetzt ist die Frage, das Fragezeichen würde ich gerne weitermachen. Beziehungsweise das Fragezeichen ist ja das, was wir eigentlich machen wollten, ne? Was haben wir denn jetzt hier noch? Die Mission hat ja nicht geklappt. Hier können wir fliegen. Das ist auch unser Flugplatz, unser Hangar. Da ist unser Auto. Das haben wir alles schon. Das waren ja diese Dinger. Das ist Freaks und Fremde. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich weiß auch gar nicht. Ich dachte echt, das wäre vorbei gewesen oder sowas, dass wir das gar nicht mehr machen könnten. Und wir haben eh keine andere Mission als Fremde und Freaks bis jetzt. Dann gehen wir da jetzt einfach mal auch schnell hin, würde ich sagen, bevor jetzt wieder irgendeine andere Mission kommt. Und wir schnappen uns mal das Auto davon. Wir brauchen ja da nur irgendeine Karre, die, ja, nicht abbiegt. Wir brauchen ja nur irgendwas, was uns da hinbringt. Ah, und ich sehe auch schon was, was uns da hinbringt. Chefkoch, Boss, ich weiß, wir kochen nichts, aber weil ich geholfen habe, als die Aztekas das Labor angegriffen haben, habe ich geholfen. Scheiße, bist du okay? Ich sah, das Flugzeug zu runter. Ich habe überlebt. Und die Lizard-Armee hat nicht so gut gemacht. Also das ist etwas. Ah, danke Gott. Die Fuselage ging in die Alamo-Sea. Du kannst du die Hardware mit Divegear oder so. Ah, eine gute Idee. Aber es wird Zeit nehmen. Sag, Oskar, er nicht diese Geräte bekommen. Okay, ich muss mich fragen, bist du mit dem Regierungsverband? Ein Agenten, Sanchez, war da hier, zu sagen, dass du und Michael mussten treffen, zu treffen, in der Garage, der Koch-Site. Fuck, ich muss das machen, okay? Aber ich benutze sie, okay? Okay, gut, das zu holen, wie ich es mir gedacht habe. So, jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken. B, ja, müssen wir da mal hin. Und L, Franklin kann auch weitermachen. Okay, Chefkoch. Also, Boss, ich weiß, wir kochen nichts, aber weil ich geholfen habe, als die Arztekas das Labor angegriffen haben, habe ich gehofft, du denkst vielleicht an mich, wenn du mal einen Job, äh, ein paar Muskeln brauchst. Chefkoch. Alles klar. Hier habe ich noch mehr, Molly, bestätige ihre Verabredung mit Devin Weston auf seiner neuen Baustelle auf der Power Stankton Alter. Bitte seien sie pünktlich und bereit, sofort mit der Arbeit anzufangen. Wat? Michael, hat dich für einen Job empfohlen, um zu eure Klug zur Ranch an der S... Hm, zu kommen? Okay. Und Wade? Trevor, ein paar von Mr. Changs Leuten waren bei dir zu Hause, waren viel härter, als die Jungs, die du in der Bar betroffen hast, und sie wollen mit dir reden. E-Mails habe ich auch noch, aber das sind nur Waffensachen. Können wir hier auch mal wegklicken. So, Mods. Ja, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Wir können aber mal, warte mal, wenn wir das hier eh schon draußen hatten, können wir es auch wieder rausholen und können einfach mal, ich würde mal ganz kurz einfach gerne einfach mal, ich glaube, der hat gespeichert, aber speichern wir einfach jetzt nochmal. Super. Und dann machen wir mal Fremde und Freaks und gucken einfach mal, was das jetzt dann ist. Und gucken gerade noch einmal, B ist... Federal Investigation Bureau, genau, also das FBI praktisch, und hier war noch irgendwas mit L gewesen. Ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen für Franklin. Und ein L dachte ich wäre für Franklin auch da gewesen, aber das ist irgendwie gerade nicht da. Ich sehe es gerade nicht. Egal. Ach doch, da war das L bei, ähm, Moment, habe ich es gerade gesehen, als ich es zugemacht habe. Bei den Waffen war das hier, genau. SNL jetzt wieder. Attentat. Okay, alles klar. Haben wir wieder so eine Lästeraufgabe. Und wir gucken mal, weil hier gerade so freaksmäßig unterwegs ist. Smell any funny spices? Ich weiß nichts, ich weiß nicht, Junge. Hey, gib mir documents. Was? Passport, komm, Mann. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ah, aber du sprichst nicht in Englisch. Was ist das für dich mit dir? Ich sage, Passport, gib mir. Alle, du bist nicht illegaler, wie einer. Du bist mit einem Arzt, okay? Amerika ist das Land, und ich bin mit der Möglichkeit, Geh' dir zurück über die Grenze, wo du bist! Es ist ein wirkliches Problem hier. Ja, Menschen sind die Möglichkeit, die ihre Eltern zu essen. Sie gehen hier arbeiten mit einem Schraubchen und schlafen! Schlafen! Schlafen in diese Lande! Es ist ein Schlafen! Und deswegen haben wir den Civil-Border-Patrôle gegründet. Das ist ein Schlafen. Komm, du gehst! Du gehst, wir gehst! Gehst, geh in die Branche! Ha! Geht zu den Verdächtigen! Er sammelt mich einfach auf Russisch oder was auch immer voll. Und sagt, hey, warum kannst du kein Englisch? Ja, das ist Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Aber es sagt, wir müssen nach dem Yellowjack in. Oh, gut. Sie lieben mich in da. Ich bekomme definitiv ein starkes Reden. Der Patriot-Meter prägt, dass es nicht zufrieden ist, mit über 79 Prozent der Sicherheit. Ha, 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 ha! Wahrscheinlich, das ist ein Schlafen. Ich meine, ich liebe dich mit Freaks. Aber Sie zwei Verletzungen können nicht wirklich sein. Unfortunately, das ist so real, wie es wird. Diese Leute sind kriminellen, die unsere Weg zu leben und schlafen unsere Kosten. Sie denken, dass sie hierher kommen können in der Nachricht erreichend ist für sich und seine Familie. Das ist schlafen der Constitution. Komm, ein, komm, alle, ich sage. Diese Lande hat größere Probleme, wie sie berichten. Ja, das ist, weil du blästst durch die Sekulär-Medien. Nichts Angst, wir werden dich verraten. Mein Bruder mir gegeben... ...ähmeln… ...ähmeln... 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 ...wähmeln... 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 ...und... Und er schreit oft nicht. Hey, wenn du gut in deinem Civil-Border-Patroll-Trial machst... Wir werden natürlich für deine Zeit bezahlen. Die letzte Mal sah ich, war das noch eine servisendemte Markt-Economie. Das muss ich sehen. Hier sind wir. Kein Zeichen des Illegals hier. Der Welt, ich würde lieber sein, als ein Blöck als ein Skunk in der Alamo-Sea. Ich sagte, die Frau, ich bin raus, für ein Essen. Das war zehn Jahre vor, und ich habe nicht zurück. Oh, show me die Richtung zu Sandyshires. Ich habe all mein Geld auf Meth und auf Hörs. Oh, hey, geh mal zur DSDS. Ich hätte einfach nur hören, was Dieter Boden dazu sagt. So, wir gucken mal... Da drinnen jetzt nach... Moment, was ist das? Ah, Moment, eben hätte ich es fast sehen können. Ach, jetzt komm. Ich wollte mal gucken, was auf dem Zettel steht. Das sah irgendwie ganz cool aus. Ah, ein Hut ist entlaufen. Lost Dog, tatsächlich. Oh, cool. Also nicht cool, dass er entlaufen ist, aber halt cool, dass es so eine Anzeige gibt. Ach, die lieben mich ja hier, ne? Moment, pass mal auf. Hey, du bist bannt. Was? Bannt? Niemand bannt mich. Niemand bannt mich. Ich muss mal hinten im Hinterzimmer gucken. Ich glaube, hier sind ein paar Illegale, ne? Das sehe ich doch schon, hier. Oh, das ist punktlos. Jeder hier hat etwas illegal gemacht. Steig in das Grenzschutzfahrzeug. Okay. Okay. Was mache ich jetzt? Jage ich die ganze Bude in der Luft, oder was? Das traue ich denen einfach zu. Sie sind in diesem Auto, lass uns gehen! Geh rein, wir werden sie verlieren. Ich glaube, das Auto da bannt. W-w-wieso? Und... Und... Nicht stoppen! Geh nach ihnen! Ja, ich... Sorry, ich habe jetzt nicht gewusst, dass der Baum mich stoppt. Also mach das nicht... Hör auf, deine geschlossene Hände! Wir nehmen die scenische Runde! Die are law unto themselves! Bunny Danny! W-wствие in die Wacky Backy? Keep those stun guns at the rate in my friend. They're probably gang members. I heard that some of these undesirables are trafficking illegal guns into our very- Wah, ei da. Ja, ha ha. Einige von ihnen machen zwei oder drei danklösen kleine Geldwerke. Schau mal, um ihre Familien zu unterstützen! Es ist eine Entschuldigung! Geh diese illegalen Jobs, Trevor! Ich will sie sehen! Verratschamasuuraatschamasuuraatschaschap... Alter, Alter, komm als wären die... ...als wären die schlimm... Sorry about that, Tal. Före Sie the ones, die hier die Regierung brechen. Oh, sehr 똑, Trevor. Respektvoll, aber firm. Wir können es von hier machen. Etwas, hier geht's. Sie haben deine Freude, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Die Mission ist vorbei. Hey, hab ich das gekümmert? Hab ich. Alles klar, ich wollte schon mal Maraci festnehmen. Für König und Waderland, ja klar. Ihr Irren. Neuer Kontakt, Joe und Joseph, Heimatschutz. Maraci, Kiste und Musik aus. Ja, wenn du halt nicht weißt, was ich machen muss, weiß ich auch nicht, was ich immer noch nicht. Welcome back. Wird ihr etwas, macht ihr die Video? Warum ist er einmal im Kreis gefahren? Was ist denn für Dippfalt? Ja. Sollten die die hier nicht... Äh, waren die jetzt im Kreis oder was? Ist das Spiel ein bisschen doof? Mal sehen, ob die gleich wiederkommen. Oh, Martin. Trevor! Martin! Du weißt, ich habe gedacht, ich habe es gedacht, und ich bin nicht ganz sicher, ob ich bereit bin, eine Entschuldigung zu akzeptieren. Wo ist meine Wälder? Patricia? Ich will nicht mit dir sprechen. Und ehrlich gesagt, nicht mehr habe ich. Ich werde dich finden. Okay. Okay, well, ich werde dann ein bisschen Kaffee aufbauen. Ich werde dich bald sehen. Ganz kurz auf der Karte. Was haben wir denn jetzt noch offen? Im Marathon könnten wir mal mit Michael laufen. Da hinten könnte man auch mal Rehe schießen wieder. Also könnte man jagen. Ähm, dann haben wir hier noch B. Also das Bureau of Investigation. Aber vielleicht machen wir lieber erst vorher das Attentat mit Franklin. Deshalb würde ich sagen, Franklin hat nämlich auch noch hier das Fragezeichen. Ich würde mal sagen, pass mal auf. Ich speichere jetzt hier mal und dann überlegen wir uns in der nächsten Folge, ob wir jagen gehen oder erstmal eine SMS lesen. Kletos, ich habe Patricia in deinem Wohnwagen einen Kuchen dagelassen. Es freut mich, dass du mit einer wunderschönen Frau sesshaft geworden bist. Ja, das finde ich auch. Toll, nicht? So, ich könnte mir fast vorstellen sogar, dass Patricia irgendwie bei Trevor bleibt. Da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die vielleicht irgendwie zufriedener ist mit dem als mit ihrem Michael. Ähm, Michael, äh, der andere, wie heißt der nochmal? Ich weiß schon. Martin. Äh, Fallschirm. Wir freuen uns den Abonation Kunden Fallschirm anbieten zu können. Kanister mit farbigem Rauchgegen. Aufpreis erhältlich. Hol dir da noch heute. Ja, ist ja mega geil. Äh, ich würde jetzt aber sagen, ich speichere jetzt hier einfach mal und wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge von GTA 5. Und dann gehen wir vielleicht mal jagen. Ich weiß nicht, gehört ja auch irgendwie dazu zum Spiel. Auch wenn ich jetzt gar nicht so begeistert davon bin, muss ich sagen, weil jagen ist nicht so meins. Ähm, mal schauen. Wenn wir in der Nähe sind, aber ich fahre da nicht extra hin. Und, ich habe noch eine SMS gekriegt, Alter. Wo ist jetzt hier? Ich habe gerade gespeichert. Ähm, noch mehr neue Ware. Ja, sehr super. Und, ähm, Einmandschutz kann ich mal kurz überspeichern gerade. So, und, ähm, ansonsten machen wir nämlich, glaube ich, mit Franklin weiter. Oder halt bei dem Bureau of Investigation, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es etwas Größeres ist. Machen wir vielleicht mit Franklin das Fragezeichen und das L, das Attentat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von GTA 5. Macht's gut, Leute. Bis dahin, und tschüss. Tschüss.